Den Musikanten mit den Pisten, das macht ja! Schau mal diesen Menschen mit dem Blaserohr! Der kommt dir so lange sehr verdächtig vor! Lässt dir vielleicht die Pocken mit dem Malchenein? Ja, da kriegt man doch direkt als Zifferlein! Und dann sitzt er auch noch vor dem Kölner Dom und lässt immer so so einen tiefen Sohn Plötzlich macht es Klopfen und der Tod fällt um und der Kardinal, der guckt ganz dumm Das sind doch alle potenzielle Ternoretten In einen Daumen sind keine Christen Come on, out!